Carlo wird den Scout24 beschreiben als wahnsinnig kreativen und offenen Platz, wo er selbst sein kann, wo er die Dinge tun kann, die ihm Spaß machen, wo er dazu empowert wird, Dinge zu tun, die ihm Spaß machen und jeden Tag glücklich mit nach Hause kommt. Warum sind wir beide ein gutes Team, Carlo? Warum sind wir beide ein gutes Team? Wenn ich gestresst bin oder viel zu tun habe, dann holt Carlo mich ganz gut runter. Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut.